Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlow mit dem zweiten Teil meines DD Specials. Wie mache ich richtig Schaden? Ich hoffe mal, ich mache auch richtig Schaden, aber das werden wir gleich sehen. Heute mit dem Thema Rotation oder Prioritätenliste üben am Target-Dummy und SimCraft. SimCraft ist ein Tool. Ich habe euch beim letzten Mal gezeigt, wie man meiner Meinung nach ein relativ taugliches UI zum Schadenmachen erstellt. Normalerweise würde ich meine UI noch ganz, ganz anders designen, wenn man einen Priester mal gesehen hat oder mich mit dem Priester hat spielen sehen. Da sind auch viele Elemente der Optik wegen drin und es sind vor allen Dingen auch noch einige Elemente drin, speziell für Bosskämpfe. Darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir wollen erstmal gucken, dass wir richtig Schaden machen und danach kümmern wir uns vielleicht noch darum, wie wir den richtigen Schaden auch im Raid anbringen. Was wir immerhin bekommen sollten, ist Schaden in einer perfekten Situation zu machen und perfekter als ein Target-Dummy geht es nicht. Und jetzt rechnen wir uns erstmal aus, was wir eigentlich an Schaden erwarten müssten an diesem Dummy. Denn was bringt es mir, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung was, meinen Schaden von einem Elegon-Kampf kenne, wo ein Schadensmultiplikator drin ist oder sonst wo. Ich möchte wissen, was ich in einer normalen Situation an Schaden machen sollte und dann gucken, ob ich das tatsächlich hinkriege. Dazu nehme ich mir ein Tool mit dem Namen SimCraft. Ich werde den Link dazu posten und muss zunächst mal meinen Charakter importieren. Ich könnte jetzt hier im Armory suchen, dann würde da Balo stehen und ich klicke auf Importieren und dann wird mein Charakter importiert. Jetzt werde ich in den Optionen mal ein paar Dinge einschalten oder ausschalten. Die Version ist live, Iterationen sind 1000. Die stellt man später für bestimmte Dinge auf mehr als 1000, aber dafür nur, um DPS-Mittel zu errechnen, reichen 1000 aus. Weltlag lasse ich auf Low. Kampflänge 300 Sekunden ist in Ordnung. Variierte Kampflänge nicht. Kampfstil, das ist wichtig. Raid Dummy, denn dann gibt es keine Execute-Phase und so weiter und so fort. Stufe des Zieles ist es Raid Boss. Humanoid, ein Feind, Elite. Armory Region ist EU. Die Spezialisierung ist die aktive. Standardrolle Auto ist gut. Buffs und Debuffs sind alle aus. Das Programm SimCraft nimmt meine Self-Buffs, die ich hier habe, dieses Master Poison, das heißt sowieso automatisch rein, Skalierungsfaktoren, blablabla, aus. Plots lasse ich, so wie es war, und umschmiede Plots auch. So, das nächste, was ich unter Simulieren machen muss, ist noch ein paar Dinge rausnehmen. Denn SimCraft simuliert normalerweise Raid-Bedingungen, das heißt auch eine Flask und Buff-Futter und eine Pre-Pot, nämlich die Vermin-Spite-Potion. Das mache ich aber zum Testen natürlich nicht. Und der Rest hier in diesem Skript müsste eigentlich ansonsten stimmen. Das SimCraft wird regelmäßig aktualisiert und man könnte im Prinzip auch hingehen und selber bestimmte Prioritätenlisten dort durchtesten. Ich bin dafür, muss ich ganz ehrlich gestehen, um selber da Prioritätenlisten, also Rotationen quasi einzufügen, ein bisschen zu blöd. Deswegen nehme ich jetzt hier die Standard-Rotation, die für den Mutilate-Choken eingegeben ist und klicke auf Simulieren. Jetzt wird uns ein Wert ausgegeben, hier 54.617 DPS im Mittel bei 1000 Iterationen, sollte ich unter den genau eingestellten Bedingungen als Mutilate-Schurke machen können. Und jetzt wird getestet. Da unten seht ihr mein Skada, da ist Damage, also DPS gerade aktiviert. Und dann gucken wir doch mal, auf welche Werte ich hier so in etwa kommen kann. Und ob es sich tatsächlich zumindest in der Nähe von dem bewegt, was ich laut SimCraft erreichen sollte. Und das ist ein relativ wichtiger Teil, weil viele Spieler sind davon überzeugt, dass sie extrem guten DPS machen, haben aber schon in ihrer Standard-Rotation irgendwelche extremen Patzer drin oder irgendwelche Dinge, die sie extrem schlecht hinbekommen. Und es ist auch nicht wichtig, ob ihr mehr oder weniger Schaden macht als irgendein beliebiger anderer Spieler. Es ist auch nicht wichtig, ob ihr den höchsten DPS im Raid macht oder nicht. Das Einzige, was wichtig ist, ist die Frage, macht ihr für eure Spec und euer Gear, das ihr gerade tragt, den tatsächlich nicht optimalen Schaden, aber zumindest ein Schadenswert, der nah dran ist. Und das lässt sich kaum besser testen, ob diese Basis-Rotation stimmt, als eben an der Bosspuppe. Und vor allen Dingen, falls sie noch nicht stimmen sollte, könnt ihr dort auch perfekt optimieren. Wir kämpfen gerade, die Haupt-Cooldowns sind schon abgelaufen und jetzt warte ich eigentlich nur noch so lange, auch wenn ich als Kampflänge 500 Sekunden eingestellt habe. Aber ich warte jetzt einfach mal so lange und ziehe jetzt hier meine Rotation durch, bis meine Cooldowns tatsächlich wieder da sind. Je länger der Kampf dauert, den ihr macht, desto wahrscheinlicher nähert ihr euch einem Mittel an, das tatsächlich verlässlich ist. Je kürzer der Kampf ist, desto stärker sind Zufallsfaktoren wie Crids oder Procs und vor allen Dingen, ob diese Crids oder Procs gleichzeitig sind mit irgendwelchen anderen Multiplikatoren oder mit anderen Cooldowns. Das fällt dann noch stärker ins Gewicht, wenn der Kampf relativ kurz ist. Je länger der Kampf dauert, desto zuverlässiger seht ihr, ob der Wert tatsächlich stimmt. Ganz ehrlich, ich behaupte, für den Normalfall anzupeilen bei, was weiß ich was, keine Ahnung, ungefähr einem Wert zu landen, der bei 90% vom Simcraft-Wert liegt, wäre schon super. Und das sage ich deshalb, weil ich viele, viele Situationen schon gesehen habe, in denen Spieler weit, weit, weit unter den 90% lagen von dem, was sie hätten machen können, teilweise unter 50% von dem, was sie hätten machen können. Von daher, wenn ich sage, wenn jeder DD in dem üblichen Raid 90% von dem hinbekommt, was er mit seinem Gear und seiner Spec und nur das ist wichtig hinbekommen müsste, dann können wir alle zufrieden sein. Das ist natürlich bei den tatsächlichen Boss-Encountern dann oft etwas sehr, sehr anderes, denn nicht bei jedem Boss könnt ihr auch diese Schadenswerte erreichen. Es wird ein paar geben, wo ihr mehr macht, zum Beispiel, wenn es große Damage-Buffs gibt, wie zum Beispiel bei Elegon. Es gibt aber auch einige Campe, wo ihr deutlich weniger macht, als das Optimum unter Raid-Buff-Bedingungen ist. Ganz einfach, weil ihr euch viel bewegen müsst oder viele Target-Wechsel drin habt und so weiter und so fort. Von daher, das Verlässlichste, wie ihr testen könnt, ob tatsächlich das stimmt oder das, was ihr macht, irgendwie tatsächlich halbwegs sinnig ist, ist eben, sich an den Boss-Dummy zu stellen und dort einen relativ langen Kampf zu machen. Ich habe auch schon gesehen, dass sich Leute an den Boss-Dummy stellen, alle Cooldons zünden, auf den Dummy draufhauen und sobald die Cooldons abgelaufen sind, dann sagen, so, das war's und das als ihren DPS betrachten. Das ist natürlich Unfug, weil man je nach Klasse zu Beginn des Kampfes und mit allen Cooldons Damage-Spikes haben kann, die beim zwei- oder dreifachen von dem liegen, was man als tatsächlicher DPS macht. Das ist übrigens auch, wenn ich jetzt jemanden fragen würde oder mir jemanden angucken würde, ob er genügend Schaden macht, wäre die Version, mir anzugucken, was er laut Simcraft am Dummy macht und ihn an den Dummy zu stellen, mir tausendmal lieber, als die typischen Spieler im Trade-Channel, die sagen, DD sucht Raid 80.000 DPS. Naja, 80.000 DPS an was? Das ist halt ein großer Unterschied, wenn ich 80.000 DPS im Elegon-Kampf mache zum Beispiel, dann ist das etwas ganz, ganz anderes, als wenn ich sie bei, keine Ahnung, Garayal vielleicht mache. So, wir befinden uns jetzt nun mittlerweile, denke ich mal, ungefähr fünf Minuten im Kampf und wir können sehen, mein Damage-Per-Second hat sich jetzt hier irgendwo eingependelt bei 56.000, wobei man dazu sagen muss, dass jetzt gerade noch Vendetta aktiv ist, das wird also wieder gleich ein kleines bisschen nach unten gehen. Ich gucke dann gleich nochmal nach, was Simcraft denn gesagt hatte und ob wir uns dann ungefähr in der richtigen Damage-Per-Second-Region zumindest bewegen. Nicht, dass Simcraft sagt, ich müsste mit meinem Gear am Dummy, keine Ahnung, 80.000 DPS machen und ich mache nur 55.000. Dann würde ich halt wissen, irgendwas mache ich noch grundlegend falsch. Und das wollen wir ja vermeiden. Wir möchten ja erstmal testen oder wir möchten ja erstmal dafür sorgen, dass wir unter Optimalbedingungen perfekten DPS machen und dann werden wir natürlich im Laufe der Zeit versuchen, das eben nicht nur unter den Optimalbedingungen, sondern unter den tatsächlichen Raidbedingungen zu tun. So, ich höre mal auf. Wir sind bei 56.000 DPS, relativ genau gerade. Das wird jetzt nach unten gehen, weil noch Dots ticken auf dem Target-Dummy. Ihr könnt das hier sehen. So, das tickt jetzt immer weiter nach unten, weil ich immer noch als in Combat betrachtet werde und noch Dots getickt sind. 54.800 ist es jetzt runtergetickt, aber ihr habt gesehen, vorher war es bei 55.000 bis 56.000. 54.617 sollte es sein mit meinem Gear und meiner Spec laut SimCraft. Und wir stellen fest, tatsächlich 56.000 oder 54.800 ist der Wert, den ich jetzt hier stehen habe, selbst mit Austicken. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt die allerneuste Version von SimCraft drauf hatte. Es kann sein, dass es noch eine kleine Änderung gab. Aber ihr könnt auf jeden Fall sehen, die Liga stimmt. Die Liga in Sachen Schaden stimmt. Und das also an euch als Tipp, wenn es um das Thema Schaden geht. Und das gilt für alle Damage-Diele erstmal in eurem Raid. Schaut euch an, was SimCraft unter Boss-Bedingungen ausspuckt. Also unter deaktivierten Raid-Buffs, unter deaktivierter Flask, deaktiviertem Food und so weiter und so fort an einem Target-Dummy. In einem Kampf von, sagen wir mal, 5 Minuten oder 10 Minuten. Stellt euch dann tatsächlich mal hin und kämpft 5 oder 10 Minuten und schaut, ob die Werte abweichen und falls ja, wie sehr die Werte abweichen. Dann haben wir schon mal einen sehr, sehr großen Schritt in Sachen Single-Target-Damage getan. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein bisschen was mache zum Thema zum Beispiel Tastenbelegungen oder Raid-spezifische Dinge für Damage-Dealer. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein mit meinem Damage-Dealer-Special. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen rausziehen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Channel abonniert. Bis dahin. Tschüss, sagt euer Onkel Balom.